Ich bin gerade durch den kleinen Spalt da gekrochen und in der nächsten Halle gelandet. Und hier können wir ja mal schauen, ob wir hier noch was interessantes sehen. Erstmal hier runterklettern. Wow. Das sieht doch mal interessant aus. Und da steht eine Tür offen. Kerschen. Wolle. Also wer noch was stricken will, kann hier hinkommen. Wolle ist schon da. Da hat schon einer angefangen. Da geht es nicht rein. Da geht es auch nicht weiter. Also ich habe jetzt die Taschenlampe nicht dabei, weil ich eigentlich gedacht habe, hier nicht reinzukommen. Das gleiche wie gerade. Da steht noch mal das gleiche. Da steht noch ein paar Schuhe. Ja. Keine Ahnung, was das mal war hier. Jetzt sind wir mindestens auf dem gleichen Stand. Ich sehe nichts. Ihr seht nichts. Und mal schauen. Ach, da geht es nun wieder nach draußen. Das haben wir gerade nicht gesehen. Ja, ohne Taschenlampe ist jetzt natürlich schlecht, aber da sind nur Toiletten. Ich weiß sehr gerne, wo es hoch geht. Ja, das heißt, ich muss nochmal mit Lampe wiederkommen. Aber hinten war noch ein Büro. Und das schauen wir uns jetzt mal an. Also ich glaube zumindest, dass es nur ein Büro ist. Ob das stimmt, weiß ich nicht. Werden wir gleich sehen. Da steht noch was. Ja. 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 Schaltkästen. Gefrüherschrank, Kühlschrank, Müllbeute sind noch da und Kaffee und Zucker. Die Käffchen können wir noch trinken. Das war wohl Pausenraum. Die Aschenbecher haben sie auch nicht leer gemacht. Eine Treppe, Juchu! Gehen wir jetzt mal hoch, auch wenn ihr jetzt wahrscheinlich so gut wie nichts erkennen könnt. Wir haben ja eben schon diesen Rundgang gesehen und da haben wir dann auch wieder Licht. Das war's. Da geht's wieder ins Helle. Ich muss hier einfach mal eine Runde komplett rumdrehen. Ich weiß nicht, ob es euch interessiert, aber ich find's interessant. Aber ich wüsste zu gern mal, was das war hier, was hier gemacht worden ist. Hier tropft es rein, aber der Boden sollte halten. Das ist ein bisschen Metall. Ja, das geht. Noch hellter. Aber da vorne ist jetzt ein Problem. Aber mit ein bisschen Klettern geht das auch. So. Überrunden das denn gar nicht. Hier ohne Geländer geht's jetzt direkt runter. Nichts für Leute mit Höhenangst. Hier fehlt auch wieder das Geländer. Hier. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ach, da hängt noch ein Kran. Ja, da oben würde ich ja auch gerne mal hinkommen, aber keine Ahnung wie. Mit viel Glück ist da vorne die Tür auf. Ich habe es mir schon gedacht. Ja, da vorne ist jetzt der kleine Schlitz, wo ich durchgekrochen bin. So sehe ich allerdings jetzt auch aus. Also meine schwarze Jacke ist braun. Da geht es wieder zu den Waggons. Heißen die überhaupt Waggons? Ach, keine Ahnung. Der Waggon ist für mich eigentlich eher so was Geschlossenes. Ja, dann sind wir hier auch quasi so gut wie rum. Da ist wieder der Ausgang. Und dann sage ich an dieser Stelle einfach schon mal Tschüss.